Moin Freunde des Fußballs, wir alle lieben den Fußball und genauso wie ich haben die meisten Fußballfans auch einen ganz bestimmten Lieblingsverein. Manche sind Fans des FC Bayern München, Borussia Dortmund, SC Freiburg, VfL Wolfs, achso ja die haben keine Fans, Schalke 04 oder RB Leipzig. Warum man Fan eines bestimmten Vereins geworden ist, hat meistens verschiedene Gründe. Manch einer wurde Fan von einem Verein, weil man aus derselben Region oder derselben Stadt wie der Verein kommt. Manche wurden vom Vater oder der Mutter so erzogen oder manch einer wurde nur Fan von einem Verein, weil sie eben zu dem Zeitpunkt Erfolg hatten und man sich halt in den Verein verliebt hat. Wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe, aber nicht nur Fußballfans haben einen ganz bestimmten Lieblingsverein, sondern auch Fußballprofis. Im heutigen Video zeige ich euch die Lieblingsvereine der Profis in ihrer Kindheit und manch ein Fußballverein könnte euch wirklich überraschen. Nummer 1, Erling Braut, Haaland und Leeds United. Dass der Norweger und BVB-Star Erling Haaland Fan des englischen Erstligisten Leeds United ist, ist eigentlich schon längst ein offenes Geheimnis. Haaland ist in Leeds geboren und sein Vater hat auch zu der Zeit auch beim Verein Leeds United gespielt. Auch hat Haaland häufig in Interviews seine Liebe zu Leeds United angedeutet. Angeblich soll er 2017 der norwegischen Zeitung Aftenposs auf der Frage, was seine Ziele in der Zukunft sind, gesagt haben, Zitat, Mein Traum ist es, mit Leeds United die Premier League zu gewinnen. Angesprochen von der Aussage von damals, dementiert Haaland allerdings die Aussage von 2017. Ich weiß nicht, wovon sie reden, soll der 21-jährige Norweger in einem Interview mit der französischen Sportzeitschrift vor einigen Monaten gesagt haben. Träumen dürfen Leeds United Fans trotzdem. In einem Video, was auf TikTok viral gegangen ist, sah man Haaland, wie ein Leeds United Shorts einem Dortmund Fan aus dem Auto heraus ein Autogramm gibt. Was auch noch dafür sprechen kann, dass er Leeds United Fan ist, ist ein Video von der Stadt Dortmund. Wie wenige Leute wissen, hat die Stadt Dortmund seit 1969, 69, eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Leeds. Und diese Städtepartnerschaft feierte dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und passend dazu wurde ein Video hochgeladen, wo Haaland, die Stadt Dortmund und die Stadt Leeds zum Jubiläum gratuliert. Hm, das ist eine absurde Verschwörungstheorie von mir. Ach, vielleicht ist Haaland nur nach Dortmund gewechselt, weil Dortmund eine Städtepartnerschaft mit Leeds hat. Also ist der nächste Feind, wohin er wechselt, nicht Manchester United, sondern Lille. Hm, also das poste ich direkt in Attila Hildmanns Telegram-Gruppe. Nummer 2. Kevin De Bruyne und der FC Liverpool. Dass der Belgier Fan des FC Liverpool war, ist schon etwas länger bekannt. Als Kevin De Bruyne 2002 bei Genk in der Jugend kickte, gab er im Alter von 10 Jahren ein Interview, wo er einige Fragen beantworten musste. Die erste Frage, die er beantworten musste, war, was sein Lieblingsverein ist. Und auf diese Frage antwortete er so. Mein Favorit ist Liverpool. Und mein Favorit ist Michael Owen. Heute darauf angesprochen, sagte der 29-jährige Mittelfeldspieler im Match of the Day Magazine folgendes. Ich war ein Liverpool-Fan. Meine Familie, die in England lebt, waren alle Liverpool-Fans. Also war ich es auch. Heute ist Kevin De Bruyne kein Fan der Reds mehr und geht ohne Schuldgefühle für Manchester City auf Trophäenjagd. Nummer 3. Felix Passlark und der FC Schalke 04. Als Felix 12 Jahre alt war, galt er als Riesentalent und stand bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag. Und schon im zweiten Jahr bei Oberhausen war der halbe Westen hinter den Jungen Felix Passlark hinterher. Auch sein Herzensclub Schalke 04. Eines Tages bekam er einen Anruf von Borussia Dortmund, die ihn gerne verpflichten wollten. Das Problem allerdings ist, seine Familie, sein Freundeskreis und Felix Passlark selber waren zu dem Zeitpunkt große Fans des FC Schalke 04. Der Grund, wieso er sich am Ende gegen Schalke und für den R2 in Dortmund entschieden hat, ist, weil ihm persönliche Vorlieben keine Rolle gespielt haben und dass er geschaut habe, was für ihn fußballerisch das Beste war. Heute bereut Felix Passlark die Entscheidung nicht, denn der 21-Jährige spielt im Gegensatz zu Schalke 04 mit Borussia Dortmund in der 1. Liga und gilt hinter den Bayern und hinter RB Leipzig als absoluter Titelfavorit. Nummer 4. Andres Iniesta und Real Madrid. Ihr denkt euch jetzt, wow, 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 wie kann jemand, der seine ganze Karriere beim FC Barcelona verbracht hat, ob mit Xavi, Messi und Neymar alles erreicht und gewonnen hat und bei den Katalanen eine absolute Legende ist, Fan des großen Erzgivalen Real Madrid sein. Es klingt schon allein beim Zuhören absolut absurd. Als Andres Iniesta 11 Jahre alt war und noch bei Albarsete Ballompier in der Jugend spielte, hat er in einem Fernsehinterview seine Sympathie zu den Königlichen ausgeplaudert. Im Interview sagte er folgendes, ich bin Fan von Real Madrid, bis zum geht nicht mehr. Trotz seiner Sympathie zu Real ist der damals noch junge Iniesta ein Jahr später ausgerechnet in der Jugend des FC Barcelona gewechselt. Und 19, 11 Jahre später zusammen mit Xavi das beste Duo in der Fußballgeschichte gebildet und bei Barcelona von Champions League bis zur Meisterschaft alles gewonnen hat. Heute würden ihn bestimmt kein Barcelona-Fan wegen dieser Aussage vor 25 Jahren mehr böse sein. Heute wird er sowohl von Barca und sowohl auch von Real-Fans geliebt. Als Iniesta 2015 mit Barcelona im Bernabeu gegen Real Madrid mit 4 zu 0 gewonnen hat, hat er dabei ein Tor und eine Vorlage für die Katalanen gemacht. Obwohl Iniesta Spieler des FC Barcelona war, fanden die Real-Madrid-Fans ihn so gut, dass sie bei der Auswechslung in der 77. Minute aufgestanden sind und für ihn geklatscht haben. Die Real-Fans sind wirklich aufgestanden und haben zu Hause im eigenen Stadion im berüchtigen Bernabeu für einen Spieler geklatscht im Trikot des FC Barcelonas. Iniesta ist damit zusammen mit Diego Maradona und Ronaldinho der dritte Barca-Spieler, der im Bernabeu Standing Ovation bekommen hat. Eine höhere Anerkennung kann man eigentlich nicht bekommen. So, das waren alle vier Spieler und deren Lieblingsvereine. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Bei 40 Likes mache ich vielleicht einen zweiten Teil. Mal gucken, wie die Reihe bei euch ankommt. Schreibt gleichzeitig euren Lieblingsverein in die Kommentare. Ich bin gespannt. Klickt in die Mitte, da geht es um einen Fußballer, der seit 39 Jahren im Koma liegt. Und daneben ist mein Kanal, den könnt ihr gerne abonnieren. Das war's für ein Video, bis zum nächsten Mal und ciao.